Dieser Ford Rheinge mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Transporter ist viertürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über ein edles Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Einparkhilfe und vieles mehr. Das Sechsgangsschaltgetriebe des Diesel überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.